warum sollte ich für dein unternehmen arbeiten hast du dir diese frage schon mal gestellt aus sicht eines bewerbers aus sicht eines vielleicht zukünftigen mitarbeiters der deine stellenanzeige sieht wenn noch nicht dann solltest du das dringlichst tun weil da gibt es heute in der folge drum ich gebe ein paar tipps wie man die sichtweise den blickwinkel ändert und da geht es gleich drum ja bevor wir aber damit starten darf ich die freudige mitteilung machen ich habe einen neuen partner für liebe zeitarbeit gewonnen und zwar time job time job ist schon über 30 jahre am markt und ist eine erp lösung für personaldienstleister die alle prozesse abbilden können sehr sehr cool ich habe mir das schon angeschaut man kann auch viel kaste meisen was oft bei anderen dienstleistern im software bereich im erp bereich oft geld kostet da haben die eine lösung wo man auch sehr viel schon selbst einstellen kann und für sich personalisieren kann freue ich mich sehr wenn du dich jetzt vielleicht auch interessiert wir sind ihr partner geworden was muss man da machen für schreib mich gerne an es sind noch zwei plätze frei und ich freue mich auf deine bewerbung wenn dir die zielgruppe zeitarbeit für dich interessant ist du eine dienstleistung hast in diesem bereich oder einfach so den podcast unterstützen möchtest freue ich mich sehr gerne gibt es verschiedene pakete und da können wir gerne dann mal persönlich drüber sprechen zur info einmal auf der homepage habe ich mittlerweile 450.000 aufrufe im jahr ja in der zielgruppe zeitarbeit und allein mit dem podcast habe ich schon über 600.000 hörer erreicht ja wenn das für dich spannend ist dann lass uns gerne mal telefonieren meine kontaktdaten findest du in den show notes gut das soll es davon gewesen sein also time job neuer webpartner freue ich mich sehr vielen dank für das vertrauen so und jetzt kommen wir dazu warum soll ich als bewerber mich bei dir bewerben warum hast du dich das schon mal gefragt was könnte das warum sein weil wenn du die sichtweise einmal in das veränderst du das ganze spielen weil wir oft nur stellen anzeigen weil oft steht was bekomme ich wenn ich bei der arbeit ich wenn ich bei der arbeit wir haben hier merkt man hier merkmal weihnachtsgeld über tarifliche bezahlung fahrdienst wir haben den kicker also dinge sind aber alles nur merkmale aber was hat der arbeit der mitarbeiter der bewerber für einen vorteil ganz ganz wichtig zu kommunizieren und was hat der warum sollte der mitarbeiter anfangen weil Durchforste mal deine Stellenanzeigen, weil oft steht, was bekomme ich, wenn ich bei dir arbeite, Lohn etc., alles mögliche an Merkmalen, aber es steht oft nicht, warum ich das machen sollte. Ja, mein Warum, warum soll ich mich bewerben, was habe ich persönlich davon, nicht monetär, sondern da geht es ein bisschen tiefer, so den Purpose, den Spirit, das Leitbild deines Unternehmens, das wäre halt die Möglichkeit. Und ich habe auch ein paar Ideen aufgeschrieben, was das sein könnte, was das Warum sein könnte. Erstmal müsstest du als Arbeitgeber auch mal formulieren, was dein Ziel ist und was auch das Ziel des Mitarbeiters wäre, wenn er bei dir anfängt. Was könnte das sein? Ja, dass wir der größte Dienstleister in dem Sektor werden möchten. Ja, das könnte ein Ziel sein oder ein Ziel könnte auch sein, wir wollen dich lieber Bewerber aufbauen zu einem wertvollen Mitglied und unseres Teams. Ja, könnte man ja so machen. Das wäre so die Idee, dass man so ein bisschen das emotionalisiert. Ja, wenn es nicht so stumpf einfach nur so ein Text ist, sondern so ein bisschen Emotionen, Verbindlichkeit, Wärme, Nähe, so Augenhöhe, das sind alles Dinge, die oft in Stellenanzeigen komplett vergessen werden, die einfach nur stumpf da geschrieben werden mit irgendwelchen Bullet Points, Asset, Asset, Asset. Wir kennen es ja auch vom Online-Marketing. Je mehr Asset, desto cooler und desto eher bewerben die sich. Ja, aber bei der klassischen Stellenanzeige, da geht es ja auch um Emotionen und auch um das Warum. Auch wie sieht die Struktur aus? Ja, wie sieht die Struktur aus in deiner Niederlassung, in deiner Firma? Das interessiert auch die Bewerber. Ja, und welches Potenzial hat der Job? Was gibt es für Aufstiegsmöglichkeiten? Was ist so die Herausforderung auch vielleicht in dem Job? Ja, dass man auch so sieht, okay, da kann ich so richtig aufgehen. Da brauchen wir jemanden, was ist denn, wenn du zum Beispiel eine Assistenz suchst, dann könntest du ja reinschreiben, ich suche jemanden, der mir den Rücken frei hält. Da kann jemand was mit anfangen und es ist etwas, etwas greifbarer, etwas emotionaler, wenn du sagst, den Rücken, dann kann der Mitarbeiter sich schon vorstellen, okay, Rücken frei halten. Ich soll so das Mädchen dann für alles, der Junge für alles sein und soll da schauen, dass ja, möglichst wenig Arbeit bei meinem Vorgesetzten ankommt. Das wäre ja zumindest dann schon mal daraus zu erkennen. Also welches Potenzial hat der Job? Dann müsstest du ja auch überlegen, was macht den Bewerber denn zufrieden? Ja, was könnte er sich denn wünschen? Was können das für Wünsche sein? Will er einen langjährigen Arbeitsplatz? Möchte er bei dir in Rente gehen? Ja, das wäre ja auch so. Wenn du bei mir in Rente gehen möchtest, dann musst du dich einfach mal bei uns bewerben, weil wir haben eine sehr, sehr lange Standzeit und die Mitarbeiter sind oft 20 und 30 Jahre oder länger bei uns. Ja, das kann man doch reinschreiben. Das schreiben die meisten nicht mehr rein. Früher war das so eine Plattitüde und das war nicht so griffig. Aber wenn du das jetzt irgendwie schön formulierst in einer Stellenanzeige, ist das super und hebt sich auch von den anderen ab, weil du kennst ja die ganzen Stellenanzeigen. Das sind meist immer nur Merkmale, Merkmale, Merkmale. Wir suchen und dann kommt irgendwann, wir bieten. Interessanter wäre doch erstmal jetzt, haben wir schon erkannt, erstmal die Vorteile, wir bieten. Ja, aber guck auch, dass es Vorteile sind und nicht nur Merkmale. Was ist der Vorteil von Weihnachts- und Urlaubsgeld? Ja, nochmal zusätzliches Geld für eventuell einen Urlaub, Zusatzkosten, ja, ein erweitertes Einkommen, ein erweitertes, sicheres Einkommen, ja, dass dann auch Zusatzleistungen kommen, dass er einmal im Jahr eigentlich sein Konto nochmal glatt ziehen kann. Du kennst die ganzen Mitarbeiter, die nur auf das Weihnachtsgeld, auf das Urlaubsgeld warten, damit sie aus ihrem Dispo rauskommen. Und das so ein bisschen schön formulieren, das ist eigentlich der Grund, warum wir es cool finden, dass es Weihnachts- und Urlaubsgeld gibt. Ja, und warum 28 Tage Urlaub? Da muss man halt auch sagen, damit du auch deine Erholung bekommst, bieten wir dir 28 Arbeitstage. Also, umschreib das mal ein bisschen. Ja, nicht in der Kürze nicht die Würze, sondern ein bisschen Personality reinbringen. Und woran liegt dir auch an dem Mitarbeiter? Was ist dir wichtig? Was soll er für Fähigkeiten mitbringen? Was wären dir für Eigenschaften auch wichtig? Ja, da spricht ja kaum einer drüber. Aber das wird meist nicht reingeschrieben, so Eigenschaften, ja, ja, stressresistent oder so. Aber umschreib das auch ein bisschen und mach dir mal Gedanken. Ich habe ja erzählt bei der virtuellen Assistenz, den Text, den ich dort geschrieben habe, den habe ich ja bei Facebook dann gepostet. Und der muss so gut konvertiert sein, weil er Persönlichkeit hatte, auf Augenhöhe, er war emotional. Und da kamen 70 Bewerbungen, 70, ohne dass ich Geld in die Hand genommen habe, sondern einfach, ich habe meine Anzeige, meinen Text gemacht, habe ein Bild dabei gepackt und der war ein bisschen länger, der Text, ich habe auch ein bisschen länger dran gesessen. Aber da kamen 70 Rückmeldungen und alle sagten auf Augenhöhe und sehr emotional, man konnte sich das genau vorstellen. Und das ist vielleicht doch auch mal eine Idee für, wenn du Stellenanzeigen bei Facebook machst, wenn du die in Gruppen reinpackst. Ja, bei einer klassischen Stellenanzeige bist du in gewisse Modelle, gewisse Formen gebunden. Aber auch da gibt es ja auch Textmöglichkeiten, dass du das ein bisschen ausformulieren kannst. Und probiere das doch einfach mal aus, wie du dich von den anderen abhebst. Weil wenn ich eine Anzeige sehen würde, die etwas individueller ist, wo sich jemand Mühe gegeben hat, was er denn da genau schreibt, dann werde ich mich doch eher bewerben, als wenn ich da so eine klassische, nur mit Bullet Points, das sehe. Ja, weil klassisch Indeed, du schaltest eine Anzeige bei E-Stepstone, Monster, ihr wisst, wie sie alle heißen. Kann auch bei Ebay Kleinanzeigen oder sonst wo sein. Egal, aber du trägst das ein und du bist voll in der Vergleichbarkeit. Voll, weil ganz viele Zeitarbeitsfirmen sind dort vertreten, die auch Personal suchen. Und auch ganz, ganz viele sogenannte normale Firmen, die halt auch dort suchen. Und du weißt, als Zeitarbeitsfirma hast du es immer etwas schwieriger als eine andere Firma, weil du halt dieses Stigmata Zeitarbeit mit dich bringst. Und du musst halt immer kämpfen, dass die Bewerber erstmal so auf Augenhöhe kommen und du das Gefühl hast, okay, jetzt haben wir vergleichbar, jetzt haben wir das, was wir vielleicht tiefer angesetzt waren, bei Minus 2 gestartet sind, weil wir eine Zeitarbeitsfirma sind, habe ich auf Null gekriegt. So, und jetzt sind wir auf Augenhöhe. Und jetzt muss ich ja nochmal performen, dass er auch sagt, okay, warum soll ich dann zu dir kommen? Und stell dir doch mal diese Frage, warum soll dieser Mitarbeiter zu dir kommen? Beschäftige dich doch mal damit. Warum ist das wichtig? Ja, das ist nicht mal eben so gemacht, sondern dann setzt man sich hin und überlegt, was kann ich dem alles genau anbieten? Warum ist mir das wichtig? Warum ist dieser Bewerber mir wichtig? Mach dir bitte mal dazu Gedanken und dann formuliere deine Stellenanzeigen um. Und lass uns doch vielleicht beim nächsten Mal im Club drüber reden, was wir da für Ideen zusammentragen. Bin ich gespannt, was ihr alles für Ideen mitbringt, was man in so eine Stellenanzeige reinbringen kann. Und dann setzen wir uns mal im Liebe-Zeitarbeit-Club, wo du dich ja kostenlos anmelden kannst, auf meiner Internetseite liebezeitarbeit.com slash club. Da einfach ein paar Felder ausfüllen. Dann wirst du in den Club eingeladen. Und dann lade ich dich auch nochmal persönlich in die WhatsApp-Gruppe, in die Auftragstauschbörse-Gruppe. Und wir haben noch so eine Q&A für ERP-Systeme in der Zeitarbeit. Ja, dass du dich über dein Warenwirtschaftssystem mit anderen austauschen kannst, vielleicht ein paar Tipps geben kannst. Wenn einer weiß, wie mache ich das denn? Oder da komme ich nicht weiter und den Kunden kriege ich nicht angelegt. Der springt bei mir nicht weiter. Hat jemand auch das Programm im Einsatz und kann mir da einen Tipp geben. Dafür ist es gut und du kannst halt mir deine Fragen stellen. Alle zwei Wochen von 12 bis 1 jeden Mittwoch, also jeden zweiten Mittwoch. Bis auf jetzt bin ich im Urlaub. Da jetzt nicht. Gut, das soll es heute gewesen sein. Etwas kürzer als sonst. Aber wichtig, ich wollte euch den neuen VIP-Partner vorstellen. Ich wollte euch nochmal ein bisschen aufwecken, was die Stellenanzeigen angeht. Und ja, freue mich, dass du so lange dran geblieben bist. Ich freue mich, wenn du auch in den nächsten Podcasts oder das nächste YouTube-Video wieder einschaltest. Und ja, bis dann. Wir hören und sehen uns. Ciao. Und ja, bis dann. Bis zum nächsten Mal.